Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 1. November Ihr liefet fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Galater 5, Vers 7 Großes Interesse für Sport hatten die Menschen zur Zeit der Apostel. Darum werden im Neuen Testament oft Bilder aus dem Sportleben gebraucht, um den Christenstand zu schildern. So wird er auch hier mit einem Lauf verglichen. Christen sind Leute, die auf der Aschenbahn des Lebens mit konzentrierter Aufmerksamkeit auf das Ziel zueilen. Es ist etwas Wundervolles um solch einen Läufer, der alle anderen überrundet. Wie tragisch ist es dann, wenn er plötzlich mitten im Lauf aufgibt? Das ist im Sport schon tragisch, aber schrecklich ist es bei dem Glaubenslauf. Bei den Christen in Galatien war das geschehen. Sie hatten alle ihre Hoffnung gesetzt auf die Erlösung und Versöhnung, die Jesus am Kreuz gewirkt hat. Darum gehörte ihr Herz diesen Herrn Jesus. Auf einmal aber wird der Glaubenslauf unterbrochen. Wer hat euch aufgehalten? fragte der Apostel erschrocken. Wir wissen es. Der Unglaube, der sagte, man kann doch nicht so einseitig alles heil allein und ausschließlich von Jesus erwarten. Und nun stehen allerlei Bilder vor uns auf. Da ist der Jünger Judas. Wie fein lief er mit, als Jesus ihn berufen hatte. Auf einmal gab er auf. Was hat ihn aufgehalten? Der Unglaube, der ihm einredete. Du kommst zu kurz bei Jesus. Da sind die Kinder Israel. Wie sangen sie in der Nacht, als sie aus Ägypten zogen. Und doch, sie kamen nicht an das Ziel. Was hat sie aufgehalten? Der Unglaube, der nur in die Schwierigkeiten sah, aber nicht die starke Hand ihres Erlösers. Herr, mache uns stark, dass wir an das Ziel kommen, wo wir dich sehen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich.